Künstliche Intelligenz gibt Computern die Möglichkeit zu lernen, ohne dabei explizit programmiert zu sein. KI unterstützt uns in repetitiven Prozessen, bei komplexen Entscheidungen und entlastet Mitarbeiter und Kollegen. Der Mensch hingegen besitzt ein Bewusstsein, Intuition und Emotionalität. Wir verstehen KI daher als ein Assistenzsystem, durch das wir mehr Zeit für kreative Tätigkeiten und zusätzliche Dienstleistungen haben. KI-Anwendungen funktionieren aber nur mit einer großen Anzahl an strukturierten Daten. Diese liegen in Bauunternehmen häufig jedoch in unterschiedlichsten Datenformaten und nur in einer kleinen Anzahl vor. Um KI-Anwendungen zu nutzen, ergeben sich daher zwei Möglichkeiten. Entweder fangen Sie jetzt an, diese Daten digital und in einer strukturierten Form zu dokumentieren und warten bis genügend Daten digitalisiert sind, oder STAC unterstützt Sie bei der Aufbereitung und Anwendung verschiedener Datenformate. STAC ist eine Plattform, die Organisation aus der Baubranche ermöglicht, auf Informationen zuzugreifen und diese intelligent zu nutzen. STAC stellt auf seiner Plattform vortrainierte KI-Modelle bereit, sodass auch Unternehmen mit kleinen Datenbeständen intelligente Entscheidungen in ihren Projekten treffen können. Mit STAC greifen Sie auf verschiedene digitale KI-Assistenzsysteme zu, mit denen Ihre bestehenden Daten in eine strukturierte, digitale Form übertragen werden und damit einen Mehrwert liefern. So werden Bauunternehmen auch KMUs in die Lage versetzt, erfolgreich Anwendungen der künstlichen Intelligenz zu nutzen. Die Daten sind bei uns DSGVO-konform geschützt und Sie wissen jederzeit, was mit Ihren Daten passiert. Zusätzlich kann jeder auch einen Beitrag leisten, in dem gemeinschaftlich neue KI-Modelle trainiert und verbessert werden. Ohne Mehraufwand, mit einem Mehrwert für die Organisationen der Baubranche. STAC – die KI-Plattform für die Bauwirtschaft